Und schon wieder, der Steckpass und dieses Mal ist es zu spät, weil Kasper Junker, der Däne. Aber schon wieder sind sie da und schon wieder Kasper Junker, völlig kompromisslos. Junker, das ist gut, das ist gut, das ist gut. ein 6-0-League-Win und sie haben eine Chance zu machen hier, es ist eine Chance für Kasper Jönker! Flagg ist es down, 4-0 es ist! Ein bisschen Surgeistung, Herr Zarker schaut für Jönker, für 5! Das ist Poetrie, es ist ein schönes... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020